Viele Escort Damen fragen mich, was nehme ich alles mit zu einem Escort Date? Heute habe ich mal eine Kosmetiktasche zusammengestellt, was man bei einem Date alles mitbringt. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Beryl Bennett, auf meinem Kanal geht es um Escort Lifestyle und mein Business. Heute habe ich für euch eine Kosmetiktasche zusammengestellt, die man bei einem Escort Date mitnehmen sollte, wenn man seinen Kunden trifft. Wir möchten heute zusammen reinschauen, was ist alles in dieser Kosmetiktasche drin. So, schauen wir mal rein, was ich alles in dieser Kosmetiktasche drin habe. Ganz wichtig ist es, beziehungsweise ohne das ist ein Date überhaupt nicht möglich, sind Kondome. Davon sollte man mehr als genug dabei haben. Somit habe ich hier mindestens 20 Kondome drin. Optimal ist es, wenn man vielleicht Kondome auch dabei hat, falls der Penis etwas größer ist, Kondome in Größe XXL. Eine weitere Sache, die wirklich sehr wichtig ist, ist Gleitgel. Auch Gleitgel ist super wichtig, wenn man ein Escort Date hat. Damit flutscht es einfach besser. Hier sollte man darauf achten, dass man wirklich ein gutes Gleitgel nimmt. Durex kann ich selbst wirklich empfehlen. So, als nächstes. Möchte man den Kunden massieren, beziehungsweise möchte der Kunde dich massieren, ist es wichtig, dass man vielleicht ein Öl dabei hat. Man muss nicht so eine große Packung mitnehmen, so ein kleines Öl reicht. Empfehlenwert ist es, wenn man so ein Öl hat, kauft man sich so eine kleine Flasche und hat zu Hause die große stehen, dann kann man die immer auffüllen. Das gleiche gilt auch für das Mundwasser. Finde ich auch sehr gut für ein Date. Das am besten auch klein kaufen und zu Hause immer nochmal nachfüllen. Als nächstes zum Frischmachen ein kleines Deo. Das kann man natürlich nicht nachfüllen, aber einfach mal kurz zum Frischmachen kann man auch den Kunden anbieten, falls der ein bisschen riecht. Das gleiche ist auch mit dem Mundwasser. Oder riecht der Kunde etwas aus dem Mund, kann man ihm anbieten, gemeinsam einen Schluck Mundwasser zu nehmen. Kommt immer sehr gut an. Falls ein Kunde komplett riecht, empfehle sich, mit dem Kunden unter die Dusche zu gehen. Viele Männer finden das wirklich toll, mit der Frau zu duschen. So hat man mit dem Kunden etwas Spaß unter der Dusche und man ist sicher, dass beide wirklich sauber sind. Als nächstes haben wir hier Strümpfe. Einmal in beige und einmal in schwarz. Falls mal Strümpfe kaputt gehen, sollte man immer nochmal einen Ersatz dabei haben. Dann habe ich hier nochmal Feuchttücher, die zum Notfall vielleicht den Penis vom Kunden abzuputzen oder vielleicht sich selber auch mal zwischendrin abzuputzen. Dann habe ich hier in meiner Kosmetiktasche so einen kleinen Vibrator. Viele Kunden mögen es, wenn Escort Damm ein Dildo oder ein Vibrator dabei haben. Das ist so ein kleiner Fingervibrator. Ich habe jetzt keinen richtigen Vibrator da, aber diesen sollte man immer zu einem Date dabei haben. Eine weitere Sache, ich habe hier noch Penisringe in allen Größen. Fängt man als Escort Dame an, muss man solche Sachen natürlich nicht parat haben. Aber wenn man schon länger als Escort arbeitet und erfolgreich ist, dann lohnt es sich hierfür mal 10 Euro zu investieren. Das schmeißt man sich alles einfach in die Kosmetiktasche. Wenn man mobil ist und man ist mit dem Auto unterwegs, kann man die Tasche auch immer im Auto liegen lassen. So ist man sich sicher, dass man die nie vergisst. Ab und zu muss man die natürlich mit hochnehmen, um die Kondome aufzufüllen oder das Mundwasser. Hast du weitere Fragen zum Thema, was nimmt man zu einem Escort Date mit? Dann schreibe es mir in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Dann schreibe es mir in die Kommentare.